Wenn Linksalternative und Rechtsradikale gemeinsam zur Corona-Demo aufrufen Von Frederik Schindler Es ist ein bemerkenswerter Schulterschluss in der verschwörungsideologischen Szene gegen die Corona-Maßnahmen. Die aus dem linksalternativen Spektrum stammende Zeitung Demokratischer Widerstand ruft in Vereinigung mit den rechtsradikalen Publikationen Compact und PI News zu Corona-Protesten in Sachsen auf. Die Magazine rufen ihre Leser gemeinsam dazu auf, den Widerstand im Freistaat zu unterstützen, heißt es auf der Homepage von Compact. In einer E-Mail des Demokratischer Widerstand-Herausgebers Anselm Lenz an seine Anhänger heißt es zu dem gemeinsamen Aufruf, jeder in seinem Zungenschlag, für das Leben, den Respekt vor dem anderen und jedenfalls gegen die Hölle auf Erden. Compact wurde im März 2020 vom Bundesamt für Verfassungsschutz als rechtsextremistischer Verdachtsfall unter Beobachtung gestellt. Der Verfassungsschutz stufte zudem PI News im April 2021 als erwiesen rechtsextremistisch ein. Während Compact immer wieder insbesondere mit antisemitischen Verschwörungsmythen auf sich aufmerksam macht, gehört bei PI News die Hetze gegen Muslime und Asylsuchende zum Standardprogramm. Wir sind in dieser Situation gemeinsam ganz gleich welche politischen Farben, Konfessionen und sonstige Vorliegen wir traditionell gepflegt hatten, heißt es in der E-Mail von Lenz. Der Dramaturg bezeichnet sich selbst als Linken, gründete 2014 die Künstlergruppe House Bartelby, Zentrum für Karriereverweigerung und war zwischen 2017 und 2018 Redakteur im Inlandsressort der Jungen Welt, einer Tageszeitung aus der antiimperialistischen Linken. In seiner Zeitung Demokratischer Widerstand werden Falschinformationen verbreitet. Die Corona-Pandemie wird dort beispielsweise als Verschwörung von Regierungen bezeichnet, die den Zusammenbruch des Finanzmarktkapitalismus verschleiern solle. Auf die Zusammenarbeit mit den rechtsradikalen Publikationen angesprochen, sagt Lenz, ich bin ein wertkonservativer Sozialdemokrat und pflege das antifaschistische Geschichtsbild. Mir scheint, Elsässer tut dies insgesamt auch. Jürgen Elsässer ist Chefredakteur von Compact, stammt ebenfalls ursprünglich aus der radikalen Linken und wandte sich später der radikalen Rechten zu. PI News sei ihm weitgehend unbekannt, so Lenz. Er habe den Eindruck, dass dort ein gutes Verhältnis zum früheren US-Präsidenten Donald Trump gepflegt werde. Auf die Frage, warum er sich als Linker mit diesen Publikationen verbünde, sagte er, dass es bei der Kritik daran anscheinend einfach nur gegen Donald Trump gehe. Elsässer sagte bereits im Februar dieses Jahres in einem Videolivestream, dass ein ganz guter Kontakt zum demokratischen Widerstand bestehe. Das sind Linke, aber Linke im guten alten Sinne, das heißt, sie wehren sich aus ihrem freiheitlichen Ansatz heraus gegen die Corona-Diktatur, sagte er damals. Das sind sehr anständige Leute. Auf der Homepage des demokratischen Widerstands ist aktuell die Rede von einem antisemitischen Corona-Regime sowie von Apartheid, Segregation und Verfolgung in Deutschland 2021. Gegenüber Welt begründet Lenz dies mit einem vermeintlichen Hass gegen Ungeimpfte von Regierung und Medien, der strukturell antisemitisch sei. Durch diese Parallelisierung der Corona-Politik mit der nationalsozialistischen Judenvernichtung wird der Holocaust verharmlost. Antisemitisch sind nicht die Corona-Maßnahmen, sondern die Behauptung der verschwörungsideologischen Szene, die Ungeimpften seien die neuen Juden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017